Ja, herzlich willkommen beim nächsten Video. Ich möchte jetzt nochmal zum Ende des Kurses ja nochmal hier eine Liste euch geben, wo ich die wichtigen Shortcuts aufgeschrieben habe. Natürlich gibt es noch deutlich mehr Shortcuts, aber das sind jetzt die, die ich immerhin, ich sag mal, täglich verwende in Faustcode. Und das sind dann auch die, die ihr auf jeden Fall wissen solltet. Darüber hinaus gibt es natürlich noch mehr, die ihr entweder vielleicht auch nochmal wissen solltet, je nachdem, was ihr genau macht. Aber das sind ja wirklich die allerwichtigsten, meiner Meinung nach. So, und die Liste liegt dann auch in dem GitHub-Repository, was ich ja zu dem Kurs erstellt habe. Könnt ihr auf meinen GitHub-Account einfach mal nachgucken oder ihr habt es bereits gesehen am Anfang des Kurses. Ich habe das jetzt mal in verschiedenen Kategorien hier grob unterteilt. Das meiste jetzt hier bei Editor, was ja wirklich dann mit der Handhabung mit Code-Dateien oder irgendwelchen Dateien ist. Und das erste wäre, wie man Text kopieren kann. Und da denkt ihr euch jetzt, ja, STRG-C, das weiß doch jedes dreijährige Kind, was mal an einem PC dran saß. Aber das praktische in Faustcode ist jetzt, also ihr kennt es ja höchstwahrscheinlich so, dass ihr erstmal den Text markiert, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, ist jetzt blau hervorgehoben, und dann STRG-C drückt, um diesen markierten Text zu kopieren und dann später irgendwo einzufügen. Was man jetzt aber anstattdessen machen kann in Faustcode ist, wenn man zumindest die ganze Zeile kopieren will, ihr klickt irgendwo in der Zeile rein und markiert nichts und drückt STRG-C. Und als Beweis, dass das nicht aus der Zwischenablage gerade noch ist, kann ich ja mal Zeile 7 kopieren. Einfach irgendwo reingeklickt, nichts markiert, ich drücke STRG-C. Und wie ihr seht, habe ich den Text da wirklich erfolgreich mit kopiert und habe den jetzt danach mit STRG-V eingefügt. Gut, STRG-V kennt ihr ja, das ist ein alter Schuh. So, das heißt, Paste und Cut geht der STRG-V, STRG-X. Das kennt man ja und da vielleicht als Hinweis, auf Linux und Windows ist das jetzt dieses Tastenkürzel. Auf Mac, also auf OS X, können die leicht unterschiedlich sein, weil es ja eine andere Tastaturbelegung gibt. Ihr könnt aber nach den Namen, die ich hier geschrieben habe, in dieser Keyboard-Shortcut-Liste nochmal nachsuchen. So, dann haben wir als nächstes Copy and Paste Current Line. Denn jetzt gerade haben wir ja STRG-C gedrückt, dann bin ich in irgendeine andere Zeile gegangen, habe STRG-V gedrückt. Wenn ich jetzt einfach den Inhalt der aktuellen Zeile, zum Beispiel Zeile 5, kopieren will, nämlich nach Zeile 6, beziehungsweise dort eine neue Zeile einfügen will, kann ich einfach, anstatt diese drei Schritte, die ich gerade beschrieben habe, Shift-Alt und dann, wenn es nach unten gehen soll, die Falltaste nach unten. Also, Shift-Alt, Falltaste nach unten. Da spart man sich ein bisschen Arbeit, wenn es einfach direkt die Zeile da drunter oder darüber sein soll. Wenn ich eine bestimmte Zeile löschen will, das ist einfach die Zeile, in die ich gleich reingeklickt habe, drücke ich STRG-SHIFT-K. Ja, das ist auch super praktisch. Sagen wir mal, ich hätte die jetzt gerade kopiert und merke, ach, ich brauche die Kopie gar nicht. STRG-SHIFT-K, 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 hätte die Zeilen gelöscht. Also, die ganze Zeile dann gelöscht. Nicht irgendwie etwas Markiertes, sondern die ganze Zeile. So, was haben wir als nächstes? Das kannten wir jetzt ja schon, ja, in der Datei, also in der aktuell geöffneten Datei, also Active File nennt sich das ja in Faustcode. Suchen wir STRG-F und dieses Search-and-Replace, wo man dann diese beiden Eingabebereiche hat, war ja STRG-H. Da gibt es jetzt aber auch Tastenkürze, wenn man zum Beispiel was replacen will. Also, sagen wir mal, ich hätte die Zeile jetzt hier wieder mehrmals. Und ich möchte überall das U ersetzen. Da drücke ich erstmal STRG-K, kriege ja das Fenster hier, sage jetzt hier anstatt U möchte ich wieder World eingeben, wie auch immer. Und ich sehe ja immer hier so leicht weiß oder gräulich hervorgehoben, bei welchen der gefundenen Einträge wir gerade sind. Und wenn ich jetzt hier oben reinklicke, kann ich jetzt Enter drücken und dann würde ich einen einzelnen Eintrag ersetzen. Einen einzelnen. Das Wichtige ist, ihr müsst hier unten reingeklickt haben in das Replace-Feld und dann Enter drücken, weil wenn ihr in die Datei reinklickt und Enter drückt, macht ihr da natürlich eine neue Zeile einfach nur. Wenn ich jetzt aber alles auf einmal setzen will, was natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, könnt ihr STRG-ALT-Enter drücken. So, Aria, STRG-ALT-Enter. Dafür müssen wir jetzt aber in die Datei reinklicken. Ja, alles ersetzen in die Datei reinklicken, einzelnen ersetzen in dieses Replace-Fenster reinklicken. Das wusstet ihr vielleicht nicht, weil das hier so gar nicht explizit steht, aber das ist dann der Way to go dafür. Dann hatte ich ja auch schon gezeigt, wie man dieses Folding und Unfolding machen kann. Die habe ich dann hier nochmal aufgeschrieben. Ich meine, an sich ist die Liste jetzt auch mehr oder weniger einfach eine Zusammenfassung von gefühlt allen Shortcuts, die ich jetzt über den Kurs verteilt mal gezeigt habe. Aber ihr habt das dann wenigstens mal an einer separaten Stelle nochmal aufgelistet. Dann, wie man ein Dokument formatieren kann, hatten wir auch erst kürzlich gesehen. Das ging ja mit STRG-ALT-F. Was neu dazu kommt, was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, ist, vielleicht habt ihr gerade, sitzt ihr am PC oder am Laptop und habt eine Maus, wo ihr so eine Vor- und Zurück-Taste habt. Da könnt ihr, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel, bevor ich in der Datei war, war ich ja in der Test.C. Wenn ich jetzt Pfeiltaste zurückdrücke, würde er, je nachdem, wie oft ich jetzt irgendwo hin und her gewechselt bin, immer einen Schritt zurückgehen. Das heißt, wie ihr seht, ich habe jetzt nur diese Pfeiltaste oder diese Vor- und Zurück gedrückt und wäre dann hier wieder zurückgekommen in die Datei. Wenn ich jetzt nach vorne gehe, komme ich wieder in die Datei. Ja, das heißt, man kann darüber dann navigieren mit der Vor- und Zurück-Taste. Wenn ihr jetzt keine Maus habt, die diese Tasten haben, dann gibt es halt auch einen Shortcut. Das wäre Alt plus Left Arrow, wäre Backwards. Also Zurück- und Alt und Right Arrow, also nach rechts, wäre Forward. Das heißt, ich gehe mal in die Test.C, gehe dann in die Test.C, gehe dann in die Test.Py. Das heißt, wenn ich jetzt ein Zurück-Gehe, würde ich ja in die Test.C gehen. Das heißt, Zurück, Zurück, Vor, Vor. Also so kann man dadurch navigieren. Und der würde jetzt nicht nur, und das ist das Praktische, einfach nur in die letzte Datei gehen, sondern wirklich einfach in die letzte Zeile, in der wir waren. Das heißt, wenn wir jetzt beispielhaft relativ viel Code in der einen Datei haben. Ich füge das hier einfach aus Spaß ein. Und sagen wir mal, ich bin jetzt hier in Zeile 55, mache jetzt hier irgendwas, gehe dann in Zeile 45 und gehe dann in Zeile 66. So, wenn ich jetzt zurückgehe, würde ich ja von 66 zu Zeile 45 springen. Das heißt, mein Cursor landet jetzt in 45. Wenn ich nochmal zurückgehe, lande ich in 55. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, lande ich in 74. Da habe ich scheinbar gerade das Kopieren aufgehört. Und irgendwann lande ich auch dann da wieder, genau, in der Datei, wo ich davor war. Das heißt, das ist so gesehen eine Aufruf-Hierarchie, die man vor und zurück durchgehen kann. Und wenn man das mit der Maus nicht hat, kann man halt diese Tastenkürzel an der Stelle verwenden. Dann, GoToDefinition haben wir ja schon gesehen mit F12. Da kommt man zu der Implementierung von irgendeiner Funktion oder irgendeiner Klasse. Das, was ich auch nicht gezeigt habe, ist QuickFix. Das ist, wenn ihr, je nachdem, was für eine Sprache ihr verwendet und welche Tools ihr installiert habt, funktioniert das oder es funktioniert halt nicht. Sagen wir mal, ich mache das hier mal kurz rückgängig in der Datei. Ich verwende jetzt eine Funktion. Sagen wir mal, iter-tools.combinations. Ihr müsst das nicht kennen, aber iter-tools ist jetzt eine Library aus der Standard-Bibliothek. Und je nachdem, was ihr jetzt für Extensions installiert, könnt ihr mal STRG-Punkt drücken. Und dann würdet ihr, je nachdem, ob der gerade was findet, eine Aktion vorschlagen, was man verwenden sollte. Warte, da das hier gerade nicht klappt, erstelle ich mir mal irgendeine Funktion. Callable. So, gucken wir mal, ob er uns jetzt hier was vorschlägt. Uns mag das Tool gerade mal wieder nicht. Doch, jetzt. Okay, der braucht manchmal ein bisschen. Jetzt habe ich einfach STRG-Enter gedrückt, weil meine Python-Datei oder der Python-Interpreter versteht gerade nicht, was das Callable ist, weil ich habe das ja nirgendwo definiert. Und weil ich jetzt eine Python-Erweiterung installiert habe, die das erkennt, kann ich jetzt mal STRG-Punkt drücken. Und dann würde er mir Quick-Fix, also, ja, Option vorschlagen, um das Problem zu beheben, so nenne ich das mal. Und hier wäre das jetzt, dass mir ein Import fehlt, sagt das Tool jetzt, das kann richtig sein, ist in dem Fall auch richtig, muss aber nicht immer zu 100% richtig sein, aber in dem Fall wird das passend sein. Dann würden wir jetzt sehen, durch diesen Quick-Fix konnten wir das Problem an der Stelle beheben, das zu der Sache. So, dann hatte ich auch schon mal gezeigt, wie man mit dem Terminal arbeitet. Da ist meiner Meinung nach das Wichtigste, wie man eine neue Instanz erstellt, weil man nicht immer unbedingt Lust hat, hier oben auf Terminal und auf New Terminal zu klicken. Nehme ich mit STRG-C, würde man immer eine neue Instanz öffnen. Und diese neue Instanz ist dann immer die Instanz von diesem Default-Profil, was wir eingestellt haben. Was ja standardmäßig auf Windows eigentlich PowerShell war, aber wir hatten es ja am Anfang des Kurses umgestellt auf CMD. Oder je nachdem, was ihr als Standard-Profil einstellt, wird das dann an der Stelle erstellt. Dann nochmal zum Workspace zwei praktische Sachen. Nehme ich eine Datei öffnen mit STRG-O. Dann kriegen wir halt hier so ein Explorer-Fenster, wo wir dann hin navigieren können. Beziehungsweise, wenn wir einen neuen Ort eröffnen wollen, also so gesehen eine neue Workspace-Instanz, STRG-K, STRG-O, kriegen wir auch so ein Explorer-Fenster hier als Pop-Up. Dann, was wir auch schon gesehen hatten, wie man an die Build-Task kommt, das war STRG-SHIFT-B. Und wir hatten ja auch diese Launch.json-Datei angelegt. Und da hatten wir ja selber auf diesen grünen Pfeil hier geklickt. Wenn ihr F5 drückt, würde einfach die Config ausgewählt oder ausgeführt werden. Oder anders gesagt, die Debugging-Session gestartet werden, die gerade hier ausgewählt ist. Gut, jetzt haben wir hier nur einen, aber hättet ihr mehrere, würde halt die gestartet werden, die gerade hier aktiv ausgewählt ist. Das heißt, wenn ich jetzt F5 drücke, fragt ihr uns erstmal diese Eingabe-Option ab, wenn ihr euch noch an das Video erinnert. Das ist ja nicht gerade lange her. Das war, glaube ich, vor zwei, drei Videos oder so. Also, ich gebe mal wieder irgendwas hier ein und dann würden wir sehen, er würde ja jetzt die Debug-Instanz starten, wie wir gesehen haben. Dann noch eine letzte Sache, die hatte ich vielleicht mal beiläufig erwähnt. Nämlich, jetzt hat ja VSCode sehr viele verschiedene Aktionen, die man so ausführen kann. Und bei STRG-SHIFT-B haben wir jetzt nur die Aktionen gesehen, die wirklich ein Build-Task sind. Wenn ihr jetzt aber mal F1 drückt, kriegt ihr alle Aktionen in der Liste angegeben, die es im VSCode gibt. Und da könnt ihr auch danach suchen. Und eine praktische war, finde ich zumindest, dass man VSCode neu startet. Das geht mit hier dieses Reload-Window zum Beispiel. Und generell, wenn ihr irgendwas anderes sucht, hier gibt es halt alle Aktionen, die man ausführen kann. Beziehungsweise eigentlich nennen sich das Commands, nicht Aktionen. Das ist immer, wenn dieser Pfeil hier ist. Ja, dann könnt ihr, weiß ich nicht, keine Ahnung. Könnt ihr auch Formed Document eingeben, wenn ihr wieder vergessen habt, was das Tastenkürzel zum Beispiel war. Also F1 ist auch etwas, was auch einen ab und zu den Hintern retten kann. Und das waren jetzt so die wichtigsten Shortcuts, meiner Meinung nach, die ihr auf jeden Fall wissen sollt. Wie gesagt, da gibt es natürlich noch mehr. Wenn ihr findet, da fehlt jetzt einer, der eigentlich jeder Programmierer wissen sollte in VSCode, könnt ihr es gerne schreiben. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, haut rein. Ciao.